Hier präsentieren wir die 5 beste Käsemesser-Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Fiskars Käsemesser, Gesamtlänge Das Fiskars 1.015.987 Käsemesser ist sowohl für Hart- als auch für Weichkäse geeignet. Die scharfe Klinge macht das Schneiden durch jeden Käse zu einem Kinderspiel. Weichkäse bleibt aufgrund der Perforation nicht an der Klinge kleben. Dank des rostfreien Stahls und des hochwertigen Kunststoffs kann das Käsemesser in der Spülmaschine gereinigt werden. Das einzigartige an diesem Käsemesser ist jedoch, dass der Griff so gestaltet ist, dass er sicher in der Hand liegt, egal ob Sie Links- oder Rechtshänder sind. Es ist außerdem ideal für Menschen mit jeder Handgröße. Nummer 4. Netfoss Outdoor-Messer mit Küdex-Holster Für Weichkäse ist das Böker-Coree Professional Käsemesser ideal. Beim Schneiden von Weichkäse sorgen die breiten Löcher in der Messerklinge dafür, dass der mittlere Teil nicht am Messer kleben bleibt. Auch das Verteilen des Käses wird durch die gegabelte Spitze erleichtert. Darüber hinaus sorgt der rutschfeste Griff für Sicherheit, da er ein Abrutschen verhindert und somit Missgeschicke beim Schneiden verhindert. Auch die Reinigung des Käsemessers ist einfach. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Wüsthof Käsemesser, Classic Das Wüsthof 3103 Käsemesser ist durch seine scharfe, robuste Klinge ideal für Hartkäse. Die Klinge aus rostfreiem Stahl ist mit einer einzigartigen Beschichtung versehen, die verhindert, dass der Käse kleben bleibt. Das Messer liegt gut in der Hand und ist dank des rutschfesten Kunststoffgriffs leicht zu bedienen. Die gegabelte Spitze ermöglicht es außerdem, den Käse nach dem Schneiden einfach weiterzureichen, ohne ihn in die Hand zu nehmen. Nummer 2. WMF Profi Plus Käsemesser 28 cm Das WMF Profi Plus Käsemesser ist ideal für fortgeschrittene Käseliebhaber. Dieses Käsemesser ist mit allem ausgestattet, was Sie brauchen, um jeden Käse mit Leichtigkeit zu schneiden. Das Käsemesser besteht vollständig aus rostfreiem Stahl und kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Perforationen in der Klinge verhindern, dass die cremigen Bestandteile des Weichkäses am Messer haften bleiben. Der starke Wellenschliff der Klinge ermöglicht ein sauberes Schneiden von Weichkäse wie Camembert. Dank der scharfen Klinge lässt sich aber auch Hartkäse mit diesem Käsemesser präzise schneiden. Außerdem erleichtert die gegabelte Messerspitze das Verteilen des Käses, ohne ihn zu berühren. Und die Nummer 1 unserer Liste, Rösele Käsemesser, hochwertiges Wellenschliffmesser für Weichkäse. Das Reflex Käsemesser Seed ist ein Muss für jeden Käseliebhaber. Es besteht aus einem Parmesan-Messer, einem Käsehobel und einem Weichkäseschneider mit mehreren Löchern und einer Doppelspitzenmesserklinge. Alle drei Käsemesser sind komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Durch ihr geringes Gewicht liegen die Käsemesser gut in der Hand und lassen sich bequem benutzen. Dank der glatten Oberfläche und des einfachen Griffdesigns lassen sich die Käsemesser nach dem Gebrauch sehr leicht reinigen. Wenn Sie keine Zeit haben, sie von Hand zu waschen, können Sie sie einfach in die Spülmaschine stecken.